Hi Leute, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Heute werden wir mal wieder eine neue, mal wieder ein bisschen bei Minecraft weitermachen. In der letzten Folge, ja, ist ja ein kleiner Fehler passiert. Da habe ich ja versehentlich ein Bad gebaut, wo ich eigentlich nicht vor hatte, eins zu machen. Ja, und heute werden wir es vielleicht nochmal etwas verändern. Warum ist das jetzt eigentlich dahintens wieder offen? Ich dachte, da habe ich es doch zugemacht. Ähm, warte mal. Ähm, so passt es. Was jetzt ja auch ein kleines Problem ist, der Eingang nach unten ist ja komplett verschlossen. Und das heißt, dann mal raus. Ja, also wenn man wahrscheinlich, ach, egal, ach mal, vielleicht auch das auswählen. Gut, da ist Kites dran. Gut, da ist Kitesaden. Okay, egal. Gut, ähm, hier machen wir... Ja, echt schade, dass das hier leider passiert ist mit dem Wasser. Aber, ja, ich... Ich glaube, ich hätte jetzt auch gewusst, wenn man das Wasser wegmachen konnte. Aber ist eigentlich egal. Ist doch auch so cool. Gut, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, ähm... Wir fangen hier mal mit einem dritten Stockwerk an. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo wir das dann hinmachen. Äh, wie wir das dann machen. Vielleicht... Einfach hier drin. Dann mache ich vielleicht mal erstmal eine kleine, ähm... Ähm... Vielleicht machen wir hier mal ein... Lass da mal... Fackeln hin. Ja, da könnte man es eigentlich hinmachen. Dann auf... Oder... Wir machen kein drittes, sondern... Das werde ich euch gleich zeigen. Und so, dass wir hier oben die Terrasse machen. Dann kommt hier... dann kommt hier richtig... ...und so... Schauen wir mal, wo ich ... Da waren doch gerade Spinnen und dachte ich ... Was ist darunter? Der Raum ... Ach so ... Das mache ich ... Mit dem zu ... Gut ... Der Raum ... Der Raum ... Warte mal, ich habe da eine Idee, dann passen glaube ich die Spinn nicht durch, durch diesen Eingang, deswegen werden wir, oh mein Handy klappt bald leer, wir machen das jetzt auch nicht nur so lang, und ja, ähm, und, äh, da kommt nochmal das hin, gut, ja, ok, ähm, warum spinnt gerade das Handy so eigentlich, warum kann ich da nicht hochgehen? Warte mal, wegen dem hier, äh, warte mal, genau, da bräuchte man eigentlich fast das gar nicht, aber sind wir vielleicht trotzdem hin, genau, ähm, aber, ich würde da oben trotzdem eine Sache ändern, da möchte ich hier oben ein kleines, ähm, Zimmer mit einbauen, trotzdem, und zwar, hier hinten ran, möchte ich hier ein kleines Zimmer machen, wo ich dann, ähm, eine Kiste reinstellen, oder irgendwas anders, und ja, ähm, genau, jetzt fragt sie, hä, wo kommt man jetzt hier rein, in diese, ähm, genau, hier, in diesen Raum, äh, genau, hier, so, und zwar, ähm, hier, so, und zwar, der erste Eingang ist auf der einen Seite, und der zweite, soll dann, hier dann noch sein, und zwar, warte mal, und zwar, hier, gut, und zwar, und zwar, und jetzt hat er zum Beispiel, ja, ähm, muss mal fliegen, dass man hier hochkommt, warte mal, aber das zum Beispiel nicht machen von hier aus, warte mal, da möchte ich aber nochmal was hinbauen, dass man jetzt halt nicht irgendwie, ach, geil, vielleicht wird es sogar nochmal ein Stockwerk eigentlich, ja, und wie viel Prozent habe ich, und bloß noch drei Prozent, okay, dann würde ich noch, ja, werde ich jetzt hier, die Wand hier noch fertig bauen, und das schon dann noch richten, und die Wand hier fertig bauen, und danach würde ich sagen, ist das Video dann auch vorbei, damit bei drei Prozent komme ich jetzt auch nicht mehr so weit, dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Video, macht's gut, und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn euch das gefallen hat, und wenn ihr gerne, wenn ihr den Kanal Kosmos unterstützen noch möchtet, lasst noch ein Abo da, also möchte ich, also ciao Leute, bis zum nächsten Video, ciao, ciao.